Das geht dieses Jahr gar nicht. Das wird einfach zu viel Platz brauchen. Und da können wir kein Krippenspiel machen. Jetzt muss wegen dem scheiß Corona noch dein Krippenspiel ausfallen. Ja. War ein guter Versuch, machen wir noch einmal. Das ist ja doof, weil eigentlich wollte ich ja mitmachen. Muss Weihnachten dieses Jahr ausfallen? Das glaube ich eigentlich nicht. Und jetzt haben wir einen Fehler gemacht, weil die Bibel nicht auf dem Alltag liegt. Die Geschichte, die bleibt doch. Die erzählen wir trotzdem. Und die ist es auch wert. Achso, nee, er sagt ja was. Genau, kann man schneiden. Oh, die Geschichte kenne ich ja, sagt er. Kannst du vergessen. Auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weib, die war schwanger. Das ist diese scheiß Zungenbrecherstelle. Ja, ich mach's nochmal. Da geht einem der Atem aus und du hast dauert, als dass du dir irgendwas ver... Das ist alle Jahre wieder meine Schreckstelle. Wenn du Chirinius hinter dir hast, hast du erst die erste Hürde. Das ist wie so ein Springreiter, da kommt dann das Nächste und das Nächste und das Nächste. Scheiße. Man kann doch auch auf Abstand schenken, oder? Ja. Guck mal. Zack, zack, zack. So. Und das schönste Geschenk ist, wenn sowieso alle gesund bleiben, die wir lieb haben. Sowieso. Wenn die weglaufen haben, haben die keinen Bock auf euch. Aber es sind noch Schafe, die müssen noch Stöcke kennen. Ja, die kennen die, deswegen gehen die. Aber... Aber... Jetzt fahrt's aber! Luzi! Hürde 2. Hallo, hier bin ich. Ja, das ist der Hürde 2. Der Hürde 1, bitte entspannt. Super. Sehr schön, kleiner Moment. Und... Da, dort oben. Nee, warte, ich muss kurz warten, bis ich nichts mehr rede. Und, bitte. Da, dort oben. Das seht ihr doch auch, oder? Oder? Habt ihr's gesehen? Ja! Und das gilt auch für uns. Los geht's. Abflug, aber schnell. So, das macht ihr jetzt noch einmal, und ihr guckt, wenn ihr siehst, fertig, Abflug, aber schnell. Dann guckt ihr alle rüber hier zum Stock, wenn du bereit bist, und du darfst. Macht euch auf den Weg. Macht euch auf den Weg. Macht ruhig noch mal, kein Buch noch. Begrüßt das Baby, staunt über das Wunder. Wie geht's noch mal los? Ja, dann macht euch auf den Weg. Begrüßt das Baby, staunt über das Wunder. Kriegt neuen Mut. Und, auf geht's. Josefs Familie stammt von da. Guck die beiden noch mal an. Nur die beiden angucken. Nur gucken. Und vielleicht einmal nicken, weil die nicht so, sondern so. Aber warum ausgerechnet nach Bethlehem? Jo, selbst Familie stammt von da. Die Hanna, die freut sich halt. Ich bin ein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel vom König David. Fehlen da nicht noch ein paar Uhren? Okay, wir müssen kurz überbrechen. Oh, mein Mann. Du bist alles so schön bunt hier. Ja, Nina ist raus. So, schön ruhig stehen bleiben. Freunde der einfachen Tanzmusik. Wenn man bereit sein. Nicht über Politik schimpfen. Bitte. Könige sind auch nur Menschen. Und irgendwann werden sie sterben. Genau wie dein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater. Kann ich mich hier zocken? Ja, darfst du das? So. Hallo. Hallo. Wie? Ich weiß, es ist euch wichtig, dass man es auch schön aufnimmt. Damit man dann nachher auch alles verstehen kann. Pssst, 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 pssst. Ich bin Apple, aber nicht mit dem Handy, nur mit dem Computer. Ja, Handy. Mit dem Handy habe ich eh ein Handy, da wirst du weinen, wenn du siehst. Wir haben so ein Galaxy S20 Ultra, verstehe. Lass mal einmal kurz noch das machen, Freundin. Was für Handy hast du? Zeig ich dir nachher, wenn wir das jetzt gemacht haben. Und ihr guckt zu ihm, weil er hat Rücken. Und wenn ihr bereit seid. Ich hab doch Rücken. Und das sagst du jetzt zu deinem Bruder nochmal. Ich hab doch Rücken. Und jetzt mach das so, dass du es ihm sagst und wechselst. Ich hab das beide mal. Ich hab doch Rücken. Ich hab doch Rücken. Okay, und das musst du den Rücken noch zeigen. Also wirklich so. Ja, du hast doch Rücken. Okay, das noch mal aufrecht. Ich hab doch Rücken. Jetzt hast du es runtergegeben. Jetzt gleichzeitig. Wenn du Rücken hast, musst du es zeigen. Ja genau. Okay. Wenn du bereit bist. Und bitte. Ich hab doch Rücken. Okay, super. Warte. Ihr habt ja gerade noch mit mir und dem Kollegen gerechnet. Ach so, dann soll ich mich umdrehen. Genau. Perfekt. Nein, er hat doch als letztes geredet. Ach so. Ja, das stimmt. Aber trotz allem. Zu Hannah. Die hat nämlich, die hat gerade was erzählt. Die Hannah. Louis Lasses. Louis Lasses. Genau. Louis Lasses. Hallo Maria, hier bin ich. Ich bin ja alles klar, danke. Wir sind alle bereit, Tü. Der Bauch ist vorbei. Das ist nicht so. Bitte. Hä, Moment. Er muss jetzt doch sagen. Nee, du sagst. Hä? Ach so. Ich dachte, er muss jetzt sagen. Ihr müsst alle mitmachen wieder. Gleiches Spiel, nur ich gucke jetzt mehr auf ihn. Aber ihr macht auch mit. Also, ihr könnt im Stall schlafen. Ja, warte, genau das hätte ich gern. Ja, klar, du hast recht. Ey, ich glaube, ich habe doch noch was für euch. Also vorausgesetzt, unsere Tiere stören euch nicht. Ihr könnt im Stall übernachten, dorthin. Ja, ich habe ein bisschen zu spät mit den Fingern gezeigt. Ähm, was kommt danach? Genau so hat es der Engel gesagt. Genau so hat es der Engel gesagt. Sag das doch einfach. Seht, da ist er wieder, unser Stern. Er, oh, oh Mann. Falsch gesagt. Seht, unser Stern. Du hast vergessen, stehen zu bleiben, Mika. Also, Kleiner mal zurück. Seht, unser Stern. Er ist stehen geblieben. Na, endlich. Da seid ihr ja endlich. Wie, du, hier. Das ging aber flott. Wie, du, hier. Das ging aber flott. Abkürzungen. Und außerdem viel weniger Gepäck. Äh, kann man weiter. Okay, kein Problem. Seht, unser Stern. Er ist stehen geblieben. Na, endlich. Da seid ihr ja endlich. Wie, du, hier. Das ging aber flott. Abkürzungen. Und außerdem viel weniger Gepäck. Außerdem, also, als ich euch reden, Leute. Hab ich gehört, dass ihr auf der Suche nach dem Frieden könnt ihr seid. Und danke, super. Stellt euch endlich auf. Wie sollen denn die Hütten das Kind retten, wenn sie es ständig sehen? Sollen wir vielleicht noch was singen? Lieber nicht. Das geht jetzt doch erst gerade eine Schwäche. Genau. Das machen wir jetzt so nochmal. Du vergisst deinen Psst nicht und zeigst miteinander, bis die kommen. Wir sind normal, normal miteinander reden. Schau, wie süß das Baby ist. Wir bekommen Besuch. Danke. Alle Engel gucken zur Krippe. Na, nicht ans Gesicht fassen und zur Krippe schauen. Und kann der Engel vier einen halben Schritt zurückgehen? Ne, zurück. Ja, ja, nur der Engel vier. Ja, wunderschön. Und jetzt nochmal zur Krippe schauen. Schaut mal alle zur Krippe, bitte. Schön zur Krippe gucken. Und freuen. Juhu. Sehr schön. Nicht weiter laufen, Herr Fotograf. Wenn ihr bereit seid, Wirtin, guck ruhig schon zum Josef. Wirtin, kannst du zum Josef gucken? Normal? Danke. Okay. Dann lächel doch mal. Super. Vielen Dank. Ich lese mal. Untertitelung. BR 2018